Hallo zusammen, ich bin am Trainieren für das Special Olympics Challenge und ich freue mich sehr, dass wir das Projekt lancieren können nach den Sommerferien. Die Challenge besteht aus verschiedenen Serien und in einer Serie hat es Skills und die erste Serie hat Skills Basketball, Fussball, Rad, Lichtathletik und Tennis. Das Ganze beginnt nach den Sommerferien, damit die Räte Zeit haben zum Trainieren. Wir sind dabei an das Special Olympics Challenge.